Meine Schwester hat mir meinen Verlobten gestohlen und mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Aber als ich mit meinem neuen Ehemann ankam, war sie entsetzt. Vor einiger Zeit hatte ich einen Verlobten. In der Vergangenheit konnte ich mein Leben nicht mit ihm teilen wegen meiner Schwester. Damals war ich zutiefst niedergeschlagen. Aber jetzt habe ich neues Glück gefunden. Ich möchte es meiner Schwester und meinem Ex-Verlobten zeigen. Mein Name ist Helena. Ich bin nicht besonders hübsch, nur eine gewöhnliche Büroangestellte. Aber damals gab es einen Mann, der mir versprach, niemand anderen zu heiraten. Sein Name war Daniel. Er war ein gutaussehender Kerl, der für ein renommiertes Unternehmen arbeitete und als sehr attraktiv galt. Wir waren sehr glücklich. Ein Glück, von dem ich dachte, es würde ewig halten. Aber die grausame Realität traf mich hart. Ich konnte Daniel nicht heiraten und der Grund war meine Schwester Zoe. Sie war schon immer an Mode interessiert und kümmerte sich mehr um ihr Aussehen als ich. Sie war schon immer von bemerkenswerter Schönheit, was sie seit der Highschool bei den Jungen beliebt machte. Zoe hatte sogar kurzzeitig für eine Modezeitschrift gemodelt, was ihren Traum befeuerte, nach der Universität ein Model zu werden. Zu dieser Zeit war ich in einem Unternehmen beschäftigt und ein Kollege namens Daniel lud mich zum Abendessen ein. Nach einigen zufälligen Begegnungen und gemeinsamen Mahlzeiten passierte etwas Überraschendes. Daniel lud mich nach der Arbeit zum Abendessen ein und natürlich hatte ich keinen Grund abzulehnen. Während des Essens machte er ein unerwartetes Geständnis über seine Gefühle für mich. Ich war überrascht von der Spontaneität seiner Aussage, aber ich erkannte auch, dass ich Gefühle für ihn hatte. Danach begannen wir uns zu verabreden und ein Jahr später machte Daniel mir einen Heiratsantrag, den ich freudig annahm. Einige Tage später besuchten wir beide das Haus meiner Eltern, um die Nachricht zu überbringen und unsere Verlobung offiziell zu machen. Meine Eltern waren natürlich begeistert. Wir besprachen Hochzeitspläne und sie waren überglücklich, aber nicht jeder war glücklich. Meine jüngere Schwester Zoe war überrascht, als sie von meiner Verlobung hörte und noch mehr, als sie erfuhr, mit wem ich verlobt war. Zoe, die attraktiver war, war von mehreren Jungen umworben worden und hatte immer auf mich herabgesehen. Sie war beleidigt, dass die Schwester, die sie für langweilig hielt, vor ihr einen erfolgreichen Mann aus einem berühmten Unternehmen heiratete. Das verletzte Zoes Stolz noch mehr, aber ich war mir ihrer Gefühle nicht bewusst. Eines Tages bat Zoe darum, Kontaktdaten mit Daniel auszutauschen, da er ihr Schwager werden würde. Wir sahen keinen Grund abzulehnen, also stimmten wir zu. Da ich meinen Job bald verlassen wollte, musste ich mehrmals spät bleiben, um den Übergang zu bewältigen. An einem Tag, als meine Eltern nicht in der Stadt waren, machte Zoe einen entscheidenden Schritt, den sie wahrscheinlich schon lange geplant hatte. Sie plante, aus dem Elternhaus auszuziehen, sobald ich heiratete, und bei Daniel einzuziehen. Also rief sie Daniel an, gab vor, krank und allein zu Hause zu sein, da unsere Eltern nicht da waren. Daniel besorgt ging zu ihrem Haus. Zoe gestand, dass alles gelogen war und enthüllte, dass sie und Daniel sich getroffen hatten. Ich war völlig verwirrt und bestürzt, als Zoe mir sagte, dass sie planten zu heiraten. Sie lud mich zur Hochzeitsfeier ein, obwohl ich nicht an der Zeremonie teilnehmen wollte. Danach war ich am Boden zerstört. Zoe hatte mir meinen Verlobten weggenommen. Beide meine Eltern waren sehr besorgt. Ich verbrachte einige Zeit eingeschlossen in meinem Zimmer. Da ich meinen Job bereits verlassen hatte, konnte ich nicht viel machen. Ich erhielt Nachrichten von meinen Kollegen, die nach dem Hochzeitsdatum fragten. Ich antwortete, dass ich eine einfache Zeremonie nur im Kreis meiner Familie plante. Monate später begann ich ein neues Kapitel in meinem Leben an einem unbekannten Ort, in der Hoffnung, nach der Trennung von Daniel wahres Glück zu finden. Anfangs hielt ich mich eine Weile zurück. Aber allmählich spürte ich eine wachsende Aufregung. Also beschloss ich, mein Zuhause zu verlassen und ein unabhängiges Leben an einem völlig unbekannten, aber angenehmen und ruhigen Ort voller Grün zu beginnen. Meine Eltern hatten keine Einwände gegen meine Entscheidung und unterstützten mich sogar sehr beim Umzug. Nachdem ich mich in der neuen Wohnung eingerichtet hatte und beim Auspacken war, erwähnte meine Mutter etwas, das sie gehört hatte. Ein paar Tage später erzählte sie mir, dass Daniel zu ihnen nach Hause gekommen war, alles erzählt hatte, was zwischen uns passiert war und sich entschuldigt hatte. Ich war verwirrt, warum sich meine Eltern entschuldigten, da das, was Daniel getan hatte, inakzeptabel war. Seine Eltern kamen auch, um sich zu entschuldigen. Sie knieten sogar nieder. Aber wir erfuhren auch etwas über Zoe. Wir wissen, dass es schwer für dich ist, ihnen zu vergeben, aber Zoe ist auch unsere Tochter, erklärten meine Eltern. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater waren bestürzt. Sie hatte etwas Schreckliches getan. Natürlich konnten sie jemanden wie sie nicht vergeben, aber Zoe hörte nicht auf sie und es schien, als hätte sie seitdem nach Daniel gesucht. Daniel kam jeden Tag zur gleichen Zeit zu ihnen nach Hause, entschuldigte sich und bat um ihren Segen für ihre Hochzeit. Wegen Daniels Verhalten hatten meine Eltern keine andere Wahl, als zuzustimmen. Also entschuldigten sie sich bei mir, dass sie die Hochzeit akzeptiert hatten. Ehrlich gesagt war es mir egal, aber ich verstand die Gefühle meiner Eltern. Jetzt ist alles Vergangenheit, es gibt kein Problem mehr. Auch in Zukunft werde ich jemanden besser kennenlernen. Antwortete ich positiv und hielt die Tränen zurück. Meine Mutter weinte und mein Vater sah bestürzt aus, aber ich sagte ihnen, dass ich mich stark auf sie verlassen werde, wenn ich Kinder habe. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater reagierten mit einem Lächeln. Meine Mutter machte sich Sorgen und sagte mir, ich solle nicht zögern und sie kontaktieren, wenn etwas passiert. Als ich mich an mein neues Leben gewöhnt hatte und endlich etwas Frieden gefunden hatte, begann ich in einem kleinen Restaurant zu arbeiten. Das Personal war klein, aber der Ort war sehr hell und ich liebte die freundliche Atmosphäre. Der Name des Managers war Fabiano und das Teilzeitpersonal scherzte oft mit ihm. Es war schön, diese Witze zu beobachten und die gemütliche Atmosphäre zu spüren. Einige Monate, nachdem ich zu arbeiten begonnen hatte, ereignete sich ein schicksalhaftes Ereignis, das meine Zukunft verändern sollte. Fabiano gestand mir etwas, als er mich von der Arbeit nach Hause fuhr. Um ehrlich zu sein, war ich sehr unsicher. Fabiano war eine unglaubliche Person, extrem freundlich und attraktiv, sowohl im Aussehen als auch in der Persönlichkeit. Dennoch wurde ich immer noch von dem vergangenen Vorfall verfolgt und hatte ständig Angst, wieder verlassen zu werden. Fabiano schien meine Bedenken zu verstehen und versicherte mir, dass er keine sofortige Entscheidung treffen müsse. Er ging nach Hause und verbrachte den Tag dort. Die Dinge waren eine Weile angespannt, aber dank des üblichen Scherzes meiner Teilzeitkollegen und Fabianos Freundlichkeit konnte ich mich ein wenig entspannen. Ich denke, mein Herz hatte sich in der Zwischenzeit bereits entschieden. Später erfuhr ich etwas über Fabiano. Es schien, dass auch er von jemandem betrogen worden war, mit dem er zusammen war und eine schmerzhafte Erfahrung in seinem vorherigen Job gemacht hatte, bevor er zu diesem Restaurant kam. Ich war überrascht, als ich entdeckte, dass wir eine gemeinsame Erfahrung hatten. Beide waren von Menschen betrogen worden, die wir liebten. An diesem Tag beschloss ich, Fabiano meine Geschichte zu erzählen, weil ich das Gefühl hatte, jemanden gefunden zu haben, dem ich ehrlich sein konnte. Als ich meine Geschichte beendet hatte, lobte Fabiano mich für meinen Mut und sagte, es sei bewundernswert, wie jemand trotz des Schmerzes weitermachen könne. Diese Worte berührten mich tief, denn sie waren genau das, was ich in diesem Moment hören musste. Ich wusste, ich tat mein Bestes, genau wie Fabiano sein Bestes tat. Also antwortete ich auf Fabianos Geständnis. Von diesem Tag an waren wir zusammen. Allerdings nahmen die Witze des Teilzeitpersonals im Restaurant zu, aber sie waren wirklich glücklich für uns. Herzlichen Glückwunsch, wir wünschen euch ewiges Glück. Für diesen Satz war es zu früh, also sagte ich ihm, ich würde es ihm eines Tages wieder sagen. Fabiano wurde etwas nervös und ich lachte. Es war reines Glück. Auf eine Art war es ein typischer Tag. Ich bekam zum zweiten Mal in meinem Leben einen Heiratsantrag, den ich natürlich annahm. Ich war entschlossen, diesmal mein Glück zu finden und glaubte, dass ich mit Fabiano wirklich glücklich sein könnte. Obwohl es das erste Mal war, dass ich nach den Ereignissen bei meinen Eltern war, waren sie glücklich. Ich erzählte ihnen alles über Fabiano und sie sagten, bitte mach unsere Tochter glücklich. Ich verspreche, dass ich Helena glücklich machen werde, antwortete er fest und selbstbewusst. Wir plauderten noch ein wenig und dann sagte mein Vater etwas aufgeregt, du heiratest und deutete an, dass eine Einladung kommen könnte. Aber ich musste mir keine Sorgen machen, ich war sowieso nicht besorgt, denn ich war auch glücklich. Ich wollte sogar meine Freude zeigen, als ich meinen Eltern alles erzählte. Einige Tage später kam eine Hochzeitseinladung. Natürlich beschlossen wir teilzunehmen. Ich antwortete, dass sowohl Fabiano als auch ich teilnehmen würden. Wir waren rechtlich zusammen, gerade als Zoe ihre Hochzeit plante. Wir dachten, unsere Eltern und Verwandten würden sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlen, wenn wir am selben Tag heiraten würden. Wir versprachen, unsere Hochzeit zu feiern, wenn sich die Situation beruhigt hatte. Am Tag von Zoes Hochzeit gingen Fabiano und ich zusammen zur Veranstaltung. Wir trafen Zoe und Daniel, die wir lange nicht gesehen hatten. Daniel sah etwas müde aus. Als ich die Familie vorstellte, stellte ich Fabiano vor und sagte, das ist mein Ehemann Fabiano, ich bin sehr stolz auf ihn. Aus irgendeinem Grund schien er sichtlich überrascht, als ich Fabiano vorstellte. Es war ein denkwürdiger Moment. Andererseits gab es etwas, das ich Daniel wirklich fragen wollte. Was war zwischen ihm und Zoe passiert an dem Tag, als weder meine Eltern noch ich anwesend waren? Zuerst fiel es Daniel schwer zu sprechen, aber allmählich begann er zu erzählen. Als Zoe ihn an diesem Tag anrief und sagte, sie sei plötzlich krank, beschloss Daniel auf mich zu warten. Zoe kam mit starken alkoholischen Getränken und sagte, es wäre schade, sie nicht zu genießen. Daniel, kein starker Trinker, trank ein paar Getränke und betrank sich. Dann sah Zoe ihre Chance und begann, ihn zu verführen. Er war so betrunken, dass er kein vernünftiges Urteil fällen konnte. Schließlich sah sie umwerfend aus. Es ist verständlich, dass ein normaler Kerl von ihren Andeutungen mitgerissen werden könnte. Aber dann waren Jele und ich verlobt. Trotzdem erlag Daniel der Versuchung. Von diesem Moment an begann sie, auf ihn zu achten. Auch nachdem er mir diese Geschichte erzählt hatte, entschuldigte sich Daniel weiterhin. Aber in diesem Moment schien er so unbedeutend. Ehrlich gesagt, es hätte mich nicht weniger interessieren können. Ich war nur erleichtert, die Wahrheit zu wissen. In der Zwischenzeit unterhielten sich Fabiano und Zoe über etwas. Und ich war neugierig. Aber da Zoes Hochzeit gerade begann, beschloss ich später zu fragen. Auf dem Heimweg fragte ich Fabiano, warum er etwas aufgeregt schien, als er mit Zoe sprach. Er erzählte mir, dass Zoe seine Ex-Freundin war, die ihn betrogen hatte. Das war nicht alles. Sie hatte auch dazu beigetragen, dass er seinen Job verlor. Ich war völlig überrascht. Die Welt schien so klein und die Tatsache, dass sie für die Schließung von Fabianos Laden verantwortlich war, machte es noch schockierender. Ich beschloss, weiter zu ermitteln. Anscheinend hatte Zoe, einige Monate, nachdem sie angefangen hatte, Fabiano zu daten, eine Affäre mit einem bestimmten Designer. Sie dachte, es wäre vorteilhafter für sie, jemanden aus der Modebranche zu daten, selbst während sie mit Fabiano zusammen war. Als Fabiano zufällig davon erfuhr, war er verständlicherweise wütend auf Zoe, aber Zoe war auch sauer auf ihn. Und sie trennten sich. Aber Zoe ließ es nicht dabei bewenden. Sie erstellte ein gefälschtes Foto von Fremdkörpern auf Tellern, die in Fabianos Restaurant aufgenommen wurden, und teilte es in den sozialen Medien. Zu der Zeit arbeitete Zoe auch als Model und hatte eine große Fangemeinde, sodass sich die Fotos schnell verbreiteten. Dies erregte die Aufmerksamkeit von Fabianos Chef, der das Geschäft bereits aufgrund sinkender Einnahmen verlassen hatte. Das Restaurant wurde daraufhin geschlossen, und Fabiano wurde entlassen und trug die Verantwortung. Natürlich war Fabiano über diesen Vorfall verärgert, aber da er nicht wusste, wer verantwortlich war, wusste er nicht, wohin er seinen Ärger richten sollte. Er erfuhr die Wahrheit erst, als ihn ein Freund auf ein Getränk einlud. Der Freund von Fabianos Freundin kannte Zoe und sah sie in den sozialen Medien damit prahlen, die Schließung eines Restaurants verursacht zu haben. Fabiano erkannte nicht, dass das geschlossene Restaurant sein eigenes war. Als er unerwartet den Schuldigen herausfand, fühlte sich Fabiano hilflos und beschloss, an einem anderen Ort neu anzufangen. Als er mich traf, entschuldigte ich mich bei Fabiano für all den Schaden, den meine Schwester verursacht hatte. Ehrlich gesagt, ich war die Schwester der Person, die sein Leben ruiniert hatte. Und ich hatte keine Ahnung, wie er reagieren würde. Ich befürchtete, Fabiano würde mich beschuldigen. Aber zu meiner Überraschung sagte er, die Vergangenheit sei hinter uns und es sei nicht meine Schuld. Das erleichterte mich sehr und wir beschlossen, erneut gemeinsam nach dem Glück zu suchen. Später musste Zoe schließlich die Konsequenzen ihrer Handlungen tragen. Sie war für ein Fotoshooting geplant und der gewählte Ort war unser Haus, das üppig mit Grün bewachsen und perfekt für gute Fotos war. Jedoch passierte in einem Restaurant, in dem Zoe speiste, etwas Unerwartetes. Es war Fabianos Restaurant, obwohl ich zu dieser Zeit dort nicht arbeitete. Ich erfuhr dies später, als Fabiano und Zoe sich sofort erkannten, als sie den Ort betraten. Fabiano verweigerte ihnen sofort den Eintritt. Natürlich war das Team verärgert und fragte, was los sei. Fabiano erklärte alles, was Zoe in der Vergangenheit getan hatte und die Schwierigkeiten, die er wegen ihr hatte. Er hatte eindeutige Beweise für ihre kriminelle Vergangenheit. Er sagte, er wolle das nicht noch einmal durchmachen und weigerte sich, sie einzulassen. Niemand konnte etwas sagen und Zoe sah blass aus. Außerdem sagte Fabiano, er würde dem Präsidenten der Firma, zu der Zoe wechselte, von ihrer Vergangenheit erzählen. Die Person, die den Fall untersuchte, war schockiert und bat Fabiano, die Angelegenheit ruhen zu lassen. Aber seine Wut legte sich nicht. Am Ende wurde Zoes Fotoshooting abgesagt und der Vorfall verbreitete sich in der Branche und zerstörte ihren Traum, ein Model zu werden. Niemand wollte sich mit jemandem in Verbindung setzen, der in der Vergangenheit einen so großen Skandal verursacht hatte. Außerdem erzählte mir meine Mutter, dass die Firma, für die Daniel arbeitete, kürzlich Schwierigkeiten hatte und er Gefahr lief, seinen Job zu verlieren. Sie war besorgt um ihre Zukunft. Trotz all dieser Sorgen genossen Fabiano und ich unsere Tage weiterhin so glücklich wie eh und je. Heute, heute, am Vorabend unserer lang ersehnten Hochzeit, denken wir über die Herausforderungen nach, denen wir in der Vergangenheit gegenüberstanden und schätzen unser derzeitiges Glück zutiefst. Außerdem entwickelt sich in meinem Bauch ein neues Leben. Das Personal des Ladens, in dem wir uns trafen, gratulierte uns herzlich. Wir danken Ihnen freudig und bekräftigten vor allem unseren Entschluss, unsere Familie zu lieben und gemeinsam ewiges Glück zu suchen. Ich frage, wie Vergebung und die Fähigkeit, die Vergangenheit zu überwinden, unsere Suche nach dem Glück im Leben beeinflussen können. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar. Freunde, hinterlasst Eure Meinungen und Vorschläge für den Kanal in den Kommentaren und vergesst nicht zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit Ihr die nächsten Geschichten nicht verpasst.